Heute werden wir als neues Kanal. Heute kein richtiges Kanal, heute kein richtiges Video, weil heute... Das ist ganz ernst. Ja, also wir wohnen zusammen, halt das ist jetzt, halt das ist mein Bruder und und aber, und jemand ist halt bei unser Zuhause, ja, und er hat uns alles geklaut und verdammt das Geld, alles. Nein, nicht Geld, Geld hat er nicht geklaut. Er hat keine Ahnung, unsere Leute, er hat, ihr wisst doch, dass wir haben PS4-Leute und er hat einfach geklaut, halt. Und die zwei Kontrollers sind weg, Leute, und wir müssen den jetzt finden. Ja. Er ist irgendwo hier abgehauen. Ja. Wir haben... Leute, wir sind gerade frisch aufgestanden, haben uns angezogen und wir haben gesehen, dass jemand die Tür zugemacht hat und dann ist er abgehauen. Nein, nein, unten. Ja. Und wie ihr seht, ich hab schon Stab, damit ich ihn töte. Ja. 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 Ich glaub zu Hause. Ja. 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 Ja, Leute. Und es ist noch irgendwas geklaut, Leute. Ja. Es ist unser Fernseher. Unser Samsung-Fernseher wurde geklaut. Samsung-Fernseher wurde geklaut. Ich schwör sie, wer tut das? Ist das unser... Keine Ahnung. Wer ist das? Vielleicht... Keine Ahnung. Aber wir haben gesehen, er hatte alle Schwarze. Er hatte alle Schwarze. Aber gar keine Maske. Ja, Leute, wir gehen jetzt noch, ja. Es rät mir jetzt sogar noch, wir können nichts machen. Ja. Hey. Hey. Ja, ich will zu meinem Freund nach Hause. Ja, ich auch, aber geht heute zu seiner Oma. Oder seine Oma holt ihn ab, oder? Ja, oder seine Oma kommt zu ihm nach Hause. Ja, kann auch sein. Leute, ich bringe mich dann mit, wenn seine Oma erlaubt, ja? 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 Wir machen dann ein Video über Fortnite oder so. Ja. Ihr wisst Bescheid. Wo gehst du? Wo gehst du? Wir gehen, Leute, bei meiner Stiege. Wie ihr seht, wir haben doch so ein Video gemacht, um das, was auf 5 nights du ging. Ja, Leute. Wir haben unsere dummen Freundinnen gekommen. Hier ist die Träler. Hier ist die Träler. Oh, da ist jemand. Er sieht uns jemand. Echt? Echt? Da saß so. Da saß so. Was? Da saß jemand. Nimm die Kamera und zeig. Nee. Bist du dumm? Ich war schon nur das Mal. Jetzt musst du mal runtergehen. Äh. Du musst jetzt mal runtergehen. Da saß jemand. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Asad. Ich schwöre, da saß jemand. Keine Ahnung. Ah, es regnet stark. Nicht normal, Aritz. Alter, es regnet. Da gehen wir noch mal nachschauen. Ja, okay. Oh, schwarz. Das ist ein falscher. Oh, diesmal bist du aber runter. Äh, beide. Ja, ich will ja. Alter, ich habe so Schiss. Mann, wie stark es regnet. Dieses schöne Haus wird kaputt. Ja. Ist das neu gemacht? Wo steht der Kamp? Jan, sie utilize mal.